Okay, es geht weiter. Ich merke an, ich hab fast nichts gesagt, ne? Da hat er schon teilweise was gesagt. Wirklich? Ich hab gar nicht gemacht, ich hab einfach nur, ich konnte es ja auch spielen. Bisschen, bisschen. Bisschen. Ich komm jetzt hier, ja. Bisschen. Warte, haben wir das nicht grad gemacht? Bisschen. Weiß nicht. Nein. Egal. Ich glaub wirklich nichts. Echt? Vielleicht was auch nur bisschen. Keine Ahnung. Guck mal. Liebe, alles was ich habe. Die Welt erwartet eure Antworten. Da ist es Zeit, dass wir mit den Sturmen schwimmen. Inazuma. Eleven. Ja, sofort. Ach, nur ein Gegner? Schau doch nicht, wie sie mit deinen Gegner. Ich bin... Warte doch, ja. Da kommt der mal auf der Ecke. Ich bin cool, ich werde ihn verstehen. Da macht der Bingo-Verteidigung. So. Hä? Ja. Er wurde gerade zur Frau, oder? Ja. Ich verstehe auch als Sanji, wie geiler geworden ist, als er ihn immer als Frau gesehen hat. Weißt du, ne? Ja. Ich dachte nur... Ja, alles klar. Ich dachte nur... Machst du auch noch irgendwas? Okay, jetzt hast du es getroffen. Ja. Muss einfach. Aber den sich noch befreit macht. Also, ich könnte noch Schuss einsetzen. Eigentlich, wenn ich lieber würde ich einfach abpumpen. Aber, naja, das sind ja Computer. Okay, King. Gibt's zu Modus? Nein. Gibt's nicht? Bei denen? Also, bei... Er hat eigentlich keinen Sinn. Und, Chef. Okay, jetzt zu uns. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was macht er jetzt? Ja. Oh nein. Oh nein. Nein. Nicht diese Bünder, die Spitz. Oh. Wo er mich hinbringt. Ey, komm jetzt. Warte, Franky? Nein, nein, nein. Oh nein. Besser als Robin wegen... Oh nein. Oh nein. Okay, er ist weg. Ist gut. Wieso kriegt nur Inosuma-Hitze-Modus und andere nicht? Ja, die müssen wir 3 GP haben. Achso. Ah. Und danach, wenn man gestorben ist, kommt man Outmachinier. Ich versteh das Spiel. Halt die meisten Punkte. Du startest nicht. Minuswollpunkten. Oh. Stufe 60 muss man sein. Oh. Warte, ich muss mal gerade überlegen, wie viele Parts das sind. Okay, ich mache die Stimme nicht. Die passt in den Punkten. Der Mihawk? Ja, die passt wirklich nicht. Das ist ein Spiel, oder meinst du den Story? Ein, wie mein, als auch. Also, ein Anime. Das sind die Original-Stimme. So, das ist noch nicht weiß. Einfach gewinnen. Einfach gewinnen. Ja, mit Minuswollpunkten fangen. Achso, ja. Achso, ja. Punkte, ja, ja. Ich glaube, ich trinke was und schlafe ich ein. Da ist keine Anspielung auf den Spielekünsten. Okay. Auf jeden. Mhhh. 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 Das stimmt nicht. Kannst du mal Brochlein setzen? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, mein Schiss. Der Erste. Der ist noch da. Oh, mein Schiss. Egal, komm. Triff, 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 triff. Okay, hat die Fischmenzen getroffen. So geht ich hin, komm. Nicht, wir essen es ja schon. Irgendwie anders. Oh. 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 Aber ich habe nicht besiegt. Ja, du kriegst auch noch mal Punkte. Ja, jetzt kriegst. Aber wenn du mich warte, ich warte, ist egal. Ich dachte, sie ja, ich weiß, aber wenn du New York einmal besiegt, das kannst du noch mal besiegen, um mehr zu bekommen. Ja, klar, klar, klar. Aber ich wollte ja unbedingt Chipay. Achso. Das kommt nicht auch von Roblin. Ich habe ihn nicht, oder? Mein. 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 Das war, ich habe heute schon gewonnen. du hast die krone deswegen okay geführst also mit ein punkt so gesagt ich weiß jetzt was alles bisher sie und dann noch mal wie bei mir keiner hat er nicht gesagt ich hab ihn nicht besiegt zweiter hause dann kann er kann er komisch auf Spezial Bingo verteidigt, fick dich doch Ey, da ist eine richtige Ansonnung von Piraten da Wieso die zweite? Ja, ich mach die mehr, die ist ja nicht gut Aber wenn ich es schon schon machen, hab ich halt gekriegt Warte hin, und zack Okay, mehr Punkte, ja, aber jetzt führst du doch Jetzt kannst du, oh, gibt es, giftig ist falsch Hier ist Kommt noch genau da rein Au, machen, die Bombe Wer hat die getötet? Die Bombe Ist okay Oh, tschüss Giftiges Fleisch Gibt sich wie Flash und Feuer, ist so eine gute Kombination Speziale, komm Jetzt Hast du Hast du Hast du Aber Jinbei ist auch nicht tot Egal, acht Sieben Seet Guck mal, wie lang die Zeit ist Wie lang kann die Zeit ist Was ist so? Ich kann dir richtig gucken hier Trotzdem kann die Zeit mal ein bisschen logisch sein, ok? Oh so ein Buster wollte das nicht ich habe mich nicht auf die Säge das ist so so an die Banken das ist ja die Stadt dessen kann ich dir glauben es geht ab und geht die Person mit dem was die und was so weit wird dort wird doch doch wirklich die Tee in die Tee nein erblendet also ja er ist das gab es auch dabei Kirschblüten Gegend ich weiß wir sind weißt du wieder ich glaube schon ja ich konnte nicht nur mit mir ganz sicher es ist ein witzigsten Goldwater mal geht schon da hinten denn man weiß immer noch nicht was das D heißt oder länger ist das D für den nicht der ist einfach gleich einfach gewinnen setz ihn ein jetzt hast du sie jetzt komm jetzt trippst du die so so und so ich muss einen besiegen wirklich ja ich muss ich ja damit die halt wieder zu zeichnen habe ich viel bessere Chancen wie gesagt gab es diese Runde ach so ja hat er am Anfang ja als er ihn kennengelernt hat guck mal wie chillen die da komm komm bleib da bleib da bleib da gut so noch so viel jetzt hast du drei jetzt komm Robin, komm Robin, komm Robin, komm und weg mit dir, Buster ja okay jetzt nicht weg aber ja aber viel und so und so und so und so okay jetzt hat er richtig win jetzt gib ihn mein Essen okay gleich Franky mal ein bisschen okay let's stop erstmal Dankeschön ich bleib so erstmal weil er mit zum mein Arsch schlägt äh schlägt bald ein Mann ist der Tod verdammt das dauert noch irgendwie lange jetzt stirbt doch verdammt wow okay das war am Anfang richtig ich kann sie noch die dritte haben okay das war mir auch ich hab dieses Team ähm okay jetzt noch insgesamt drei oder ja verstand da besiegen die drei abgeräten das ist schwer ich dachte oben sieht die leichten und unten sind also in der mittleren der Zusatzbost wir müssen es gleich sehen der Zusatzbost ist schwer oder schwierig ja okay ähm einfach so 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 ein bisschen Shanks ah oder so und nein hä hab ich gerade übersehen ja ich hab ihn übersehen nein da aber bist ein Takoyaki genau so ist es deshalb ich hab keine Schiffe also werde ich dich hier töten müssen also Mut hilft bis zum bestimmten Punkt Leute wie du haben hier nichts verloren ja auf sein Schiff Leute guck mal sein Schiff Leute wie du haben hier nichts zu suchen sein Schiff egal weiß ich ja sind die schwer ja also welche Stufe haben die gesagt äh Kampfstufe 50 wieso kommen die mit so komischen Zahlen an wenn man doch bis 50 trainieren kann so ja ich hab's verstanden Okta? nein oder? schon gut erst mal fürs ersten natürlich also jetzt noch nicht einsetzen hm ich sag die ganze so so und so alle drei warte ich bin fast jetzt weg warte oh man genau in die Bombe äh Robin bald einsetzen oh man oder Shanks ähm ich bin ja fast weg ähm Robin ja Shanks kümmert sich ein bisschen um die hat 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 hallo? ach ihr sagt er setzte oder was? hat er gerade sanji geredet? hat sie gerade ein bisschen nach ihm gehört? Fickt euch doch ins oh hau ab ok das ist nicht noch ein bisschen ey irgendwas von oben kommt ne Bombe achso gut so was ist da was ist da passiert? ja natürlich ist doch mal High Speed oder was? wo ist die Maus? ach so da oh nein oh nein ich brauche noch zu essen ich brauche ich muss im Hitzmodus haben die Gegner Hitzmodus vielleicht ja aber ja aber nein ja komm ok der ist tot jetzt kommen die was? was habe ich jetzt genau gemacht? keine Ahnung du stehst jetzt einfach da fassern schnauben ich wollte einfach mal spezial zu rein sitzen bitte diesen Stuhl kaputt machen nein ok ja ich habe ihn nur angelegen ne ja ok damit du weißt es nicht die ja ja wegen hab ich so was ja ich weiß das hört sie auch nicht danach an ok ich habe diesen Schlag aber du hast ihn fast besiegt naja halt nicht wenn er seinen Fassanschnaube nicht eingesetzt hätte das ist wirklich so wir essen na ok das ist kein Essen also er chillt so mit seinem Fahrrad wer hat Gewicht auf sie Zorgos Gewichte Bingo Verteidigung vor dem Win hab ich es geschafft? nein er hat es gemacht aber warum es gar nicht auch okay egal guck mal wie die gechillt da sind wie du gerade kämpfst und die chillen da einfach ihr Leben warte ich warte ich ich glaube ich habe Aokiji gesiegt wenn einer von denen fertig ist ne dann ey das ist so eine Erleichterung verdammt bisschen bisschen erstmal auch dein ja die Richtung ok ok egal unigiri unigiri gut so achso ich hasse diesen oh nein hau ab ich weiß nicht ich weiß nicht schutzschutz gut war besser ich wollte es kann doch nicht machen aber jetzt genau kommt so ein Hund ist das so egal weg er ist einfach zu Eis und zerstört worden ey er setzt immer das gleiche ein ey Akanu hat nichts mehr Akanu ist weg er kann sich gerade für einen kurzen nicht bewegen weil er seine Angriff von da soo weg mit dir riesenfuß soo und riesenbein ähm riesenhand meine ich ok ich glaube ich kann auch eins gegen eins machen ey ich habe Robin eingesetzt also er wird gleich gestoppt ich hatte gerade kiste anvisiert ich weiß auch nichts hat es was gegen Kisten egal weg mit ich hab auch oft gelegen ne ich hab jetzt nicht gesehen guck mal welches weiter aufgenommen hätte ziemlich gut du hast uns alle drei gesehen boah ich bin wohl irgendwie weich in der Binde geworden das was du immer machst du witzig das ist gar nicht gut beide wohl was wollen wir das mal guck mal guck mal guck mal 17 minuten wenn ich den partner weitergemahle weil ich es auf 47 ich weiß ach das war locker ok ok jetzt noch 3 was kommt noch ja Kampflevel 80 locker mit 50 schafft man doch aber das soll gut dass Roby da war und dann noch mal 50 was soll man da machen gewinnen ooooh ups ich glaube jeder Part wird 15 Minuten lang dauern 30 Minuten lang das zu sehen ist da ist qual das ist schwer das ist ich habe ja jetzt ein bisschen das ist nur der die Erklärung sind Riesenlöwe er schaust du das wirklich guck mal wie viel Leben du hast also du musst gegen Whitebeard nur kämpfen ja das ist so ich verwerb nicht so man soll man schütteln sie leben obwohl du nicht obwohl du nicht auf der Seebe ist egal ich hasse seinen Fuß Schenks komm, geh mal hin und zerschneid ihn mal sag ich doch ja okay das ist eigentlich umsonst ich wollte nicht das hier noch ziehen war es jetzt umsonst? ich hab's nicht von Warten getissen was macht er da oben? das war auch kein oh scheiße falsche Richtung jetzt auf einmal kommt die diese springt nicht drauf da er war da getaucht, er kam von hinten er kam so eiskalt von hinten jetzt kommt die Rauchung von Musti komm Gibi jetzt muss ich was dabei machen ja warum? genau in dem Moment, oh no, genau in dem Moment Seebebe er hat nicht soviel okay ich nehm's zurück guck mal guck mal, wie oft kann er es einsetzen? ich weiß warum das Alptrop-Insel ist, wegen diesen Wurensohn der Leben ist mehr geworden achso, Takoiki, jetzt mal auch ein Schritt warte okay ich fand das jetzt, egal doch so gesagt jetzt die ganze Schritt das war falsch echt? warum nicht? warum nicht? nicht? da war so ob ich das jetzt einsetzen darf oder beziehungsweise ob ich zu Ihnen alles testen muss ja einfach alles testen zack so und jetzt fall mal durch in die Klippen erfällt mich ja